Was geht Leute, mein Name ist Lootitz, Danny, B-B-B-B-Bernic Und weiter geht's mit meinem Road to Commander Viele von euch haben drauf gewartet, aber jetzt geht es endlich weiter Leute Und gerade habe ich mein Ohrstöpsel aus meinem Ohr rausgezogen Ähm, vielen Dank fürs Einschalten bei meinem Road to Commander Es tut mir so leid, dass ich jetzt lange Zeit nichts mehr hochgeladen habe Ich habe mir ein paar Sachen vorgenommen und zwar Nach diesem Road to Commander will ich gerne wieder eine Live-Serie in Black Ops 2 starten Äh, eine neue Live-Serie Und als allererstes wollte ich euch sagen Ich habe jetzt eine Playlist, das stellt eine bessere Playlist Ich will meine Playlisten jetzt mehr promoten Also könnt ihr in die Beschreibung klicken, um zu allen Road to Commander Videos zu kommen Die ihr gerne sehen wollt, auch alle hintereinander angucken und so weiter und so fort, wie ihr Lust habt Und, äh, wie gesagt, ohne jetzt weiter zu sprechen Ähm, ich hoffe ihr freut euch, dass es weiter geht Und deswegen fangen wir gleich an mit einem Team-Dev-Match Ich habe jetzt nicht mal geguckt, welche Klassen ich dabei habe Aber ich schätze mal, ich habe gute Klassen dabei, ich bin mir aber nicht sicher Ähm, heute die Folge kann ich leider nicht so lange machen, weil ich das heute noch hochladen möchte Um euch zu sagen, dass es heute noch weiter geht Und wenn euch das gefällt, könnt ihr auch gerne einen Daumen nach oben da lassen Weil ich mich auch sehr, sehr freue, wieder hier zu sein In Black Ops 2, da wo ich hingehöre Meine Heimat, obwohl ich sagen muss, in Black Ops 2 will ich nicht so gut wie in anderen Ziel, wo ich zum Beispiel MB2 Aber das ist gar nicht so schlimm Zwei Kills gleich hintereinander geholt Oh, verdammt, oh Gott Ah, zum Glück sind das keine Sniper wenigstens, Alter, ernsthaft Ich hasse Sniper irgendwie, keine Ahnung Sniper Oh, das Auto extra, das Auto wird gleich extra, ja Das war so klar Das Auto explodiert dort Äh, tut mir leid, wenn das Gameplay heute nicht so gut sein wird Äh, aber ich muss ja jedes Gameplay ablohren, was ich spiele, bis Level 55 hier am Road to Commander Und nicht jedes Gameplay ist halt nun mal so gut, wie man es sich vorstellt, ne So ist es halt nun mal Ich denke, die spawnen übrigens da hinten Oder doch nicht, keine Ahnung Da oben Das ist richtig, mein Freund, du wirst nicht campen Das ist das, was sehr, sehr unerwünscht ist, wenn man in einer Lobby ist Ihr beide will sterben Wow, sorry, das ist für mein Komm schon, kill ihn Er hat ein Raketengewehr, wow Er ist da oben irgendwo Ich werfe meine Samtex da hin Komm schon, triff ihn, gib ihn, gib ihn, gib ihn, gib ihn Nein, doch nicht, schade Ist nicht so schlimm Ich weiß nicht genau, wo die Gegner gerade sind Ich laufe jetzt hier sinnlos umher, um ehrlich zu sein Wenn ihr mich übrigens supporten wollt Da könnt ihr auch den Leuten, die meinen Road to Commander gesehen haben Bescheid sagen, dass es wieder beginnt Je mehr es natürlich schauen, ist natürlich besser Bam, Bitch, das ist richtig Wow Vielleicht machen wir noch eine Serie Road to Nuclear Weil ich damals Black Ops 2 nicht so oft Er spielt habe Und die Gegner können nicht zielen Ist aber nicht schlimm Sogar besser für mich Vielen Dank für die Kills, mein Freund Vielen Dank für die Kills Das ist das, was ich sehen will Komm schon, zeig dich, zeig dich, zeig dich Das ist richtig, mein Freund Du musst sterben Das ist das, was ich sehen will Ganz easy, locker, flog ich aus der Hüfte Wo sind die Gegner alle? Wo sind die alle? Da hinten Nein, was treffe ich nicht? Wieso trifft der denn? Ich verstehe nicht genau, wieso er nicht trifft Ich kann mir das nicht erklären, wieso Ah, der hier von hinten Von hinten kommt einer Aufmerksamkeit, mach, 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 mach Teammate, mach, mach Teammate, mach Die befinden sich alle da hinten gerade Alle da hinten Alle Mein Tarnhelikopter macht Arbeit Das ist das, was ich sehen will Vielen Dank Das ist das, was ich sehen will Das ist das, was ich... Ja! Sorry, dass ich rumschreie Einer hat mir auch gesagt Ich bin Orbital-Satellit In meinen Händen Das ist das, was ich sehen will Fickt euch! Sorry, ernsthaft Ich bin nur sauer gewesen Weil ich gegen so viele Sniper gespielt habe Und nein, ich hab kein ADS Weil es auch in den Kommentaren stand Obwohl, wenn ich mir meine Videos ansehe Denk ich auch manchmal Würde ich da auch denken Der Typ hat ADS Um ehrlich zu sein Wow! 21 zu 1 Das ist das, was ich sehen will, Leute Das ist das, was ich sehen will Ich kann mich nur wiederholen Ich kann mich nur wiederholen, meine Freunde Ich kann mich nur wiederholen Orbital-Horbital Ich wollte es schon sagen Salat, äh Satellit Keine Ahnung Drohne erwartet Befehle Genau, Drohne Macht das, was ich dir sage Bam! Das ist richtig Oh mein Gott Wir zermalmen die Gegner Das ist richtig, Bitch! Gib mir das Gib mir die Waffel Oder auch nicht Behalte die Waffel durch für dich Was macht er da mit seinem Bogen? Sein Ernst? Den habe ich gesehen Noch auf der Karte Rechtzeitig Nein! Der hat mich leider weggeholt Hat er nicht schlecht gemacht Muss ich auch wirklich gestehen 26 zu 2 Das ist das, was ich sehen will Und das ist das, was ihr sehen wollt Ganz einfach Easy, locker, flockig Ich muss sagen So ein Comeback hätte ich jetzt nicht erwartet Keine Ahnung, was hier los ist gerade Ernsthaft Also wenn ihr meine Notokumenter jetzt nicht schaut Dann seid ihr trotzdem die Besten Eigentlich nicht Dann seid ihr die Schlechtesten Spaß Ihr seid immer die Besten Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Er campt hier Mein Sniper-Kumpel Okay, er hat zwar nicht gecampt, aber Ich überlege gerade Er dachte, ich wäre ein Gegner gerade Deswegen hat er auf mich geschossen Ich muss mir denken Ich muss vorsichtiger vorgehen Die befinden sich jetzt alle da hinten Mein Gott, ich mache die meisten Kills aus meinem Team hier gerade Was ist denn hier los, Alter Die Gegner werden zermalmt Ich glaube, die müssen sich hier befinden gerade Gib mir das Vielen Dank für den Kill Nein Das nervt mich ein bisschen Ich habe nämlich die Ers-Mine gesehen Aber ich war so Ich weiß nicht So nach dem Motto Niemand kann mir was Nicht mal eine Ers-Mine Nicht mal eine Explosion kann mir was Na zum Glück haben wir mehr Reaktionszeiten 31-4 31-4 Noch 3 Kills fehlen Noch 2 Kills fehlen Das ist richtig Dieses Spiel müsste gewonnen sein Jetzt stellt euch mal vor Ich habe nicht aufgenommen Aber ich nehme zum Glück alles auf Wow 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 Alter Schwede Alter Schwede, Leute Alter Schwede Das war ein Bomben-Comeback Das freut mich zu sehen Sowas wollte ich sehen Sowas wollte ich erreichen Vielen Dank fürs Ansehen Bei meinem Comeback Zum Road to Commander In Black Ops 2 Wenn es euch gefallen hat Bewerten nicht vergessen Mit einem Daumen nach oben Es war ein gutes Gameplay Muss man ja sagen Vor allem Es fand im Team Deathmatch Style Im Team Deathmatch Ähm Ähm Es war ein Team Deathmatch Punkt Ja Wenn es euch gefallen hat Daumen nach oben geben Es unterstützt mich sehr Vielen Dank für euren Support Ihr seid die Besten Äh Täglich wieder Road to Commander Auf meinem Kanal Vielleicht mache ich sogar ein bisschen kürzere Folgen Ich mache es manchmal so Längere Folgen Manchmal kürzere Folgen Ich mache nie etwas Was wirklich so Ähm Irgendwie Ja manchmal habe ich halt keine Zeit Manchmal habe ich halt länger Zeit So ist es halt normal Deswegen schwankt es immer ein bisschen Vielen Dank fürs Anschauen Playlist in der Beschreibung Zu allen anderen Road to Commander Videos von mir Daumen nach oben Wenn es euch gefallen hat Und ich werde dich Im nächsten Video wiedersehen Und dann seh ich nur noch Drei Zwei Eins Tsch Tsch